Ja, das ist eine gute Einstiegsfrage. Es geht natürlich nicht, was er gemacht hat. Da sind wir uns ja alle einig. Die Strafe müssen wir auch so akzeptieren. Die Äußerungen, die Einschätzungen von außen herum will ich auch nicht bewerten. Aber was mir im Bauch liegt und was ich bewerten will und wo ich mich schon länger frage, was wir Trainer uns eigentlich alles gefallen lassen müssen, ist, wenn ich in dem Zusammenhang lese, Spuckattacke, Mainz hat die Mannschaft oder die Spieler nicht im Griff. Also da muss ich mich wirklich fragen, wo dann der Punkt ist und was wir Trainer uns eigentlich alles gefallen lassen müssen. Bin ich schuld, wenn ein Spieler über die Grenze schlägt und jemanden anspuckt? Bin ich schuld eigentlich an allem? Bin ich schuld daran, dass wir vorne die Tore nicht machen und dass wir hinten Fehler machen? Ist das so? Ist der holländische Trainer damals entscheidend gewesen oder schuld gewesen, dass das Reikard Völler anspuckt? Also da ist irgendwie, finde ich, der Respekt verloren und da geht es mir jetzt gar nicht darum, was andere sagen, sondern mich stört es, wenn ich das in meinem Namen, in meinem Zusammenhang lese, dass ich die Spieler nicht im Griff habe. Und das ist, finde ich, ein Punkt, wo wir oder ihr mal umdenken müsst, wo ist der Respekt für den Trainer? Die Position des Trainers, das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Vor zehn Jahren bin ich Trainer geworden und da war der Trainer noch mit Respekt ausgestattet. Der geht mir in so einem Zusammenhang verloren und das ist meine Antwort zu Azkazibar. Kann man nicht mehr rückgängig machen, sowas ist schon ganz anderen passiert. Sowas ist Zidane passiert, sowas ist Reikard passiert, aber nochmal, ist da der Trainer schuld? Den Zusammenhang erschließe ich mir überhaupt nicht und da finde ich, ist es einfach mal auch Zeit und Punkt, dass man sagt, irgendwo reicht es und ich wünsche mir einfach, dass die Position des Trainers für die Zukunft, egal hier, es geht ja nicht nur hier, sondern es geht in ganz Deutschland so überhaupt. Die Trainer werden immer für alles beschuldigt und wenn der Messi gestern das Tor macht zum Beispiel, ist da der Trainer schuld. Wenn der neu einen Ball hält, ist da der Trainer schuld. Aber wenn wir vorne zur Torne treffen oder Azkazibar jemanden anspuckt, dann ist das so. Man wurde zuletzt nicht immer ganz schlau aus dem, was Thomas Hitzlsperger gesagt hat. Also nach dem Spiel gegen Nürnberg hat er gesagt, wir ziehen das, also was ihre Person betrifft, wir ziehen das gemeinsam durch. Da hätte man den Schluss ziehen können, dass das bis Saisonende mit Ihnen jetzt, wie gesagt, durchgezogen wird. Ja, jetzt können Sie mit der Frage schon aufhören. Kritisieren Sie oder hinterfragen Sie die Worte. Soll ich meinen Sportvorstand hinterfragen? Sie machen das anscheinend, weil dann ist es so, dass Sie die Frage nicht stellen würden. Also Sie trauen Ihrem Chef nicht, ich traue den Worten meines Sportvorstandes und Thomas Hitzlsperger. Also können Sie die Frage damit beenden. Ich würde nur kurz die Frage noch zur Gänze stellen. Ich habe sie ja noch nicht gestellt, weil nach dem Leverkusen-Spiel klang er da ein bisschen zurückhaltender. Mich interessiert einfach, was er Ihnen gesagt hat, ob Sie unabhängig von dem Spiel Samstag Trainer des VfB bleiben. Ich habe Ihnen gerade die Antwort schon gegeben. Wir haben die Worte doch gehört und warum sollte ich die hinterfragen und den nicht trauen. Ich vertraue ihm. Und das war noch nach Nürnberg und das ist eine Woche her. Auch wenn Sie nicht gerne darüber sprechen, ich würde trotzdem noch mal um Ihre Person direkt sprechen und fragen, inwiefern hätten Sie denn Verständnis, wenn der VfB Stuttgart die Option zieht und doch noch mal Trainerwechsel vollzieht und noch mal die letzte Chance zu wahren? Also wirklich die letzte Patrone. Sie haben doch jetzt meine Antwort gerade gehört. Ich habe vor einer Woche das gleiche gehört wie Ihr. Warum sollte ich das hinterfragen und warum, stellen Sie mir die Frage. Anscheinend trauen Sie Ihrem Vorgesetzten auch nichts, sonst würden Sie die Frage nicht stellen. Und Sie kommen, auf Sie habe ich mich heute einen ganzen Tag eigentlich schon gefreut, weil Sie waren letzte Woche schon hier und haben mir drei negative Fragen hintereinander gestellt. Und war mir klar, dass sowas aus der Ecke jetzt kommt. Und warum soll ich jetzt noch mehr dazu sagen? Herr Weinzer, Sie sind heute deutlich emotionaler als die Wochen davor, kommt zumindest so rüber. Negativ könnte man jetzt sagen, Sie sind dünnhäutig geworden. Positiv wäre, Sie sind kämpferisch. Was trifft es denn eher? Gar nichts. Beides nicht. Das ist aber genau das, was ich vermeiden will. Ich bin überhaupt nicht dünnhäutig, sondern ich finde einfach, in so einer Situation muss man sich als Trainer auch mal wehren. Und es ist der Punkt da, dass es Fakt ist, dass der Trainer nicht an allem schuld ist. Und wenn ich im Zusammenhang mit Asgazibar die Überschrift lese oder den Zusammenhang hergestellt bekomme, der Trainer hat die Spieler nicht im Griff, dann ist irgendwann bei mir Schluss. Und das frage ich mich schon lange, was müssen wir Trainer uns eigentlich gefallen lassen? Und das hat überhaupt nichts mit dünnhäutig zu tun oder mit der Gesamtsituation zu tun. Ich finde, Trainer ist Teil eines Vereins und für seine Aufgabe zuständig. Aber irgendwann ist auch Punkt und Schluss. Und das muss man dann auch mal sagen dürfen. Und mir fehlt generell, nicht nur jetzt in der Phase, es geht mir doch genauso, wenn ich über Kovac was lese, es geht mir genauso, wenn ich über andere Trainer was lese. Mir fehlt der Respekt. Mir fehlt der Respekt an der Position. Ihr könnt im Nachgang entscheiden, wir müssen es im Vorfeld entscheiden. Und dass wir nicht über alles glücklich sind, ist auch klar, wenn es zum Schluss verloren geht, das Ganze. Aber irgendwann ist Schluss. Und da reicht es dann auch. Und das habe ich heute gesagt. Und das hat nichts mit Emotionalität oder mit Dünnhäutigkeit zu tun, sondern es gibt Punkte, wo der Trainer nicht verantwortlich ist. Und ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn einer von meinen Spielern spuckt. Ich sage es zu meinen Kindern auch nicht, wenn sie in die Schule gehen, heute spuckt man nicht. Das macht man von Haus aus nicht. Und da bin ich nicht verantwortlich. Und nicht mehr. Und nicht weniger, habe ich gesagt. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind angetreten mit Offensivfußball. Dann gab es diese 0-11 Tore, drei Niederlagen. Jetzt klappt es nach vorne eben nicht so. Daran anschließend meine Frage, sind Sie eigentlich von einigen Spielern persönlich enttäuscht? Nein. Es ist so, dass ich hier eine Mannschaft vorfinde, die will, die macht, die tut, die es nicht so rüberbringt, die mit der Situation natürlich ihre Probleme hat, die mit dem Tabellenbild Probleme hat. Wir jonglieren die Probleme und versuchen es zu lösen. Und nochmal, da tun wir uns schon länger schwer, nicht erst seit ein paar Tagen. Das ist die schwierige Situation des VfBs aktuell, dass wir vorne zu wenig machen, dass wir hinten zu viele Gegenteile bekommen, dass wir 16er sind. Da hat jeder seinen Anteil daran nicht, genauso wie die einzelnen Spieler. Aber ich bin meilenweit davon entfernt, irgendwas persönlich da enttäuschend zu empfinden. Dann ist es mal normal, dass es nicht so läuft. Und dann nimmt sowas eine Dynamik an und dann hat ein Traditionsverein seine Eigenheiten und dann gibt es so eine Konstellation wie aktuell. Für mich war es keine Überraschung, dass sie in Frankfurt gewinnen. Ich kenne die Problematik zwischen zwei Europapokalspielen, der Frankfurter und der neue Trainer-Effekt war dann auch so, dass die Augsburger dann es gut gemacht haben und das Spielglück auf ihrer Seite gehabt haben. Aber für mich war von Anfang an immer klar, dass wir eher auf die Schalker schauen sollten. Und ich habe immer davon gesprochen, dass wir am letzten Spieltag ein Endspiel haben wollen in Schalke. Und die Schalke haben für mich ein unheimlich schweres Programm. Jetzt Hoffenheim, dann das Derby gegen den BVB, das Spiel noch gegen Leverkusen, Augsburg und uns. Und wir müssen natürlich gewinnen, wenn wir direkt in der Liga bleiben wollen. Das ist klar, dass wir jetzt gefordert sind, in Augsburg zu gewinnen. Und mit den drei Punkten wäre es dann auch möglich, so eine Konstellation am letzten Spieltag gegen Schalke zu erzwingen. Und das ist unser Ziel. Aber wir wissen, wer direkt in der Liga bleiben will, muss jetzt in Augsburg gewinnen. Aber ich bin mir trotzdem hundertprozentig sicher, wenn uns das nicht gelingt, dann ist es eben so, dass man Relegation spielen muss. Und dann werden wir mit unseren Fans im Rücken eben die Relegation gewinnen und dann auf dem Weg in der Liga bleiben. Ich meine, das ist keine neue Erkenntnis, dass wir nach vorne Probleme haben. Da stelle ich mich auch gerne der Kritik. Aber wir haben rein, wenn du dir das Leverkusen-Spiel anschaust, defensiv eine gute Leistung abgeliefert. Das ist, seit wir die Dreierkette spielen, defensiv stabiler. Die Mannschaft, finde ich, ist auch fit. Sie ist 120 Kilometer gelaufen und hat Moral gezeigt. Aber natürlich nach vorne zu wenig gebracht. Und das müssen wir schleunigst forcieren, weil nur gut zu verteidigen wird nicht reichen. Das ist uns allen klar. Und deswegen brauchen wir nach vorne mehr Durchschlagskraft. Aber nochmal, die Erkenntnis haben wir nicht erst seit letzter Woche, sondern das wissen wir schon länger. Ich habe die ersten drei Spiele sehr mutig agiert und da haben wir 11 zu 0 Gegentore bekommen. So, und dann musst du dir als Trainer eben Gedanken machen. So geht es ja nicht dann weiter, wenn du ständig drei Gegentore pro Spiel bekommst. Also haben wir in erster Linie an der Fitness gearbeitet. Ich glaube, dass die Mannschaft fitte ist wie in der Vorrunde. Ich habe in der Winterpause den Kader analysiert. Wir haben klare Empfehlungen gegeben, was zu tun ist. Und wir haben jetzt in der Rückrunde mit der Dreierkette nochmal das Ganze stabiler gestaltet in der Defensive. Wenn sie mich kritisieren, dann bin ich bei ihnen, dass wir nach vorne zu wenig Torchancen uns erarbeiten und da effektiver werden müssen. Ich weiß, dass die aktuelle Situation sehr schwierig ist und ich stelle die Frage aber trotzdem, weil es mich mal interessiert, wie groß ist Ihre Lust noch am Trainerjob? Macht es noch Spaß, alles? Ja, sehr groß. Mir macht es Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Wir machen nur ein paar Dinge, nicht Spaß, wie ich es jetzt angesprochen habe. Da dürfte mir auch eine Böse sein. Ich glaube, es verkraftet ihr auch. Ich sage meine Meinung. Ich bewerte auch nicht eure Artikel oder sonst irgendwas. Sondern ich sage einfach, was ein Trainer für was er verantwortlich ist und nicht. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich Lust habe auf den Job oder nicht. Sondern ich habe immer Spaß daran, mit den Leuten zu arbeiten. Aber manchmal geht es schwieriger und manchmal geht es nicht so schön. Und in der Phase jetzt ist auch klar, dass wir gefordert sind, dass wir nicht täglich Spaß haben, weil die Tabellenkonstellation den Spaß nicht hergibt. Aber es hat nichts mit dem Großen und Ganzen zu tun. Vor den Fans oder vor unseren Fans immer wieder dann in den Heimspielen zu agieren, macht mir weiterhin Spaß und am liebsten natürlich zu gewinnen.